Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Dragonfest 9 Hütte des Himmels Solo Run Challenge. Erstmal ein wunderschönes Hallo, während ich gleich von Monster angefallen werde, glaube ich. Hilfe! Was ist auf jeden Fall beim letzten Mal passiert? Wir sind ja immer noch in Bad Surik gewesen. Dort haben wir ja erstmal den Alchemit-Trick machen können von dort aus. Und dann geht es erstmal weiter mit der Story. Wir haben den Stammesoberhäupt, Oberhäuptling oder das Oberhaupt jedenfalls kennengelernt, den guten Bart Kahn. Und seinen Sohn Bad Surik, ja. Klingt genauso wie der Ort Bad Surik. Klingt ähnlich halt. Und die Beraterin von der Wischung gehört haben. Außerdem haben wir auch bereits diese komische Bestie gesehen, die eigentlich diesen König bedroht haben sollte. Der Sohn sollte ihn bekämpfen, war aber zu feige, deswegen mussten wir es erledigen. Und hatten eine Audienz erhalten deswegen. Und wir sollen jetzt zusammen mit seinem Sohn, also dem vom Oberhaupt, diese Bestie besiegen. Allerdings hält sich unser Freund irgendwie merkwürdig. Und zwar nicht wirklich feige, sondern irgendwie doch eigenartig. Wir müssen auch herausfinden, woran das liegt. Auf jeden Fall mussten wir ihm erstmal folgen, bis hierhin, denn er ist hierhin gegangen. Und hier ist auch die Bestie. Ein solches Vorgehen könnte zwar in einer Neu-Iderlage für Sarantz-Aral enden, aber auch dein Tod wäre eine sichere Sache. Wenn du tot bist, wird meine Mutter sehr traurig sein. Du darfst dein Leben nicht wie einen angefressenen Knochen wegwerfen. Du musst hierbleiben und das Grab meiner liebten Mutter behüten. Verstehst du das, Kornbisch? Ihr, was führt euch denn hierher? Tja, ich bin euch gefolgt. Ihr habt unser Gespräch mitgehört. Das lässt sich nun nicht mehr ändern. Ich muss euch wohl oder übel die ganze Wahrheit erzählen. Die Bestie ist mein Freund. Sein Name ist Kornbisch. Vor vielen Jahren haben meine Mutter und ich ihn verletzt aufgefunden und halfen ihm. Seitdem sind wir Freunde. Kornbisch hatte es im Dorf nicht auf meinen Vater gesehen, sondern auf Sarantz-Aral. Aha, sie täuscht unser Volk mit ihren Tricksereien und führt nichts Gutes im Schilde. Ich tat so, als sei ich dumm und feige, damit sie keinen Verdacht schöpft. Aber mir fällt keine Lust ein, um sie zu verjagen. Ah, damit haben wir auch die Wahrheit darüber herausgefunden. Das ist die ganze Wahrheit. Bitte, ihr müsst sie vor aller Ohren verschweigen. Und jetzt muss ich zu den Jurten zurück. Leb wohl. Ah, aber das macht zumindest jetzt wieder Sinn. Also den Verhalten natürlich. Und das tut deiner toten Mutter. Geliebter Batsurik, sieh dich vor, mein Kind. Sarantz-Aral bereitet deinen Tod vor. Da würde ich sagen, sprechen wir mal mit seiner Mutter, oder? Hallo? Na? Huh? Ihr könnt mich sehen? Dir mein Mächtigen sei Dank, das ist ein Wunder. Ich bin die Frau Bart Karns, Oberhaupt des Batsurik-Stammes. Ich heiße Bayama. Reisender, ich sehe Größe in euch. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Weit im Osten am Fuße der östlichen Berge liegt das Dorf Gersun, das vor langer Zeit von Monstern verwüstet wurde. Ich möchte, dass ihr euch dorthin begebt und das kostbare Bordura-Gras sammelt. Dann müsst ihr es Batsurik geben. Es wird ihm von großem Nutzen sein. Bitte, helft meinem Sohn. Helft Batsurik bei seinem Kampf gegen die Kräfte des Bösen. Tja, dann haben wir wohl was zu tun, Leute. Und das wird wohl auch mit der Figge zusammenhängen, wahrscheinlich. Sarantz-Aral ist also die Böse. Sie hat sich auf jeden Fall komisch verhalten, als wir das Wort Figge angesprochen haben. So, und ich würde sagen, wir können jetzt in die östlichen Berge. Dann machen wir das auch mal. Wir sind ja, ja, noch fast fit. Gehen wir da mal hin. Da, la, la, la. Dann gehen wir nach Gesun. Mal wieder ein neuer Dungeon, den wir jetzt betreten können. Und dann mal sehen, sammeln wir dieses komische Bordura-Gras. Und dann mal sehen, was wir damit machen können. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir dann irgendwann Sarantz-Aral-Sarantz-Rals-Sarantz-Rals-Sarantz-Rals-Ware-Identität-Aufdecken. Oder ihr Warenmachen-Schaffen. Man weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal da hin. So. Hauptsache, die Monster-Monster. Monster, lass mich in Ruhe. Ich spreche wieder zu schnell. Ich weiß. Die Monster natürlich. Es sind alles Monster hier. Ganz grauenvolle Monster. So, lass mich hier mal bitte lang. Und wir sind am Ulsun. Wow, die ganzen Wörter hier. Und komisch, komischer Shiny. Fetter. Keine Ahnung. Mir muss gerade irgendwas anderes einfallen. Hier sind wieder Giftsämpfe, wie man sehen kann. Also ich muss hier wieder ein bisschen aufpassen. Ich möchte ja umgehend reintreten, denn das macht ja Schaden. Mitten aus dem Gift raus. Da ist glaube ich noch... Sind es noch Items, ne? Ja. Sind welche? Und ich kann natürlich nur einmal Schaden. Was haben wir hier? Hier ist... Ein Batzenschaulerschlamm. Kann man gut zum Archimisieren gebrauchen. Hallo? So, und hier ist der Eingang übrigens. Nur mal so zur Info. Hallo? So, Gesun. Die verwüstete Stadt durch die Monster. Ja. Sieht auf jeden Fall ziemlich leer aus. So. Die Tür ist fest verschlossen. Das ist nicht schön. Aber wir kriegen Hilfe. Ich werde den Weg freimachen. Ah, da sind sie ja wieder. Hallo? Große Tore von Gesun. Öffnet euch und lasst diesen Reisenden passieren. Auch wenn es so einfach geht? Die Tür öffnet sich. Ja, das würde ich auch gehen können. Geht nun. Sammelt das Badura Gras und bringt es meinem geliebten Sohn. Er möchte damit Saransatzraalsvari Gestalt enthüllen. Jede, die sie hatte, ehe sie die leuchtende Himmelsfrucht verzerrte. Ach, die Finge also. Ihr müsst Bezirik retten. Ihr müsst die Ebene selbst vor dem Untergang retten. Tja, dann werden wir das so machen müssen. Bevor Saransatzraalswarri irgendwie was Böses macht. Mit. Na gut, hallo. Ganz viele tolle Monsterchen. Schön, euch zu sehen. Ich gehe jetzt mal in die ganzen Häuser rein. Natürlich tauchen da auch Monster auf. Da muss ich also aufpassen. So. Kuhfladen nehme ich immer gerne mit. Und Blitzfrocken. Oh, sehr schön. Wieder was zum Alchemisieren. Ich nehme jetzt mal alles mit, was ich mitnehmen kann. Ich gehe mal ganz schnell hier runter, wenn ich darf. Ja. Ach, jetzt bin ich hier in den unteren Kerker. Und ich sehe schon. Gersumo 1. Ist ja noch was gewesen. Oh, jetzt tauchen diese Trolle auf. Oh, guck dir diese Viecher mal an da. Ja. Ziemlich große Monster. Die tauchen nur hier unten auf, glaube ich. Die gibt es auch noch Truhen. So, hier. Hatten wir einmal einen Aussichtering. Oh, falls ihr besoffen sind. Sehr schön. Und Hilfe ist das Flamme. Und Ritter. Natürlich. Wieder zum Alchemisieren. Und Aussichtering braucht man, glaube ich, auch zum Alchemisieren. Können wir das sonst noch tragen. Die Höllenrüstung. Bist du des Typs Metall? Oh, mein Gott. Du kannst blitzen. Wow. Das sind hier neue Fähigkeiten, die man hier sehen kann. Okay. Innen wollen natürlich trich trotzdem. Sehr schön. Oh, da gibt es schön viele Erfahrungspunkte. Das ist nice. Kann ich hier rein? Die Tür ist verschlossen. Und nein, da passt kein Schlüssel rein. So, lass mich bitte durch. Ne, auch nicht. Okay. Okay, funktioniert. Aber ich habe den Troll ganz aus dem Ast gelassen. Wäre aber auch egal, denn ihn hätten wir eh nicht umgehen können. Und vor allem, ihn hat verdammt viele LP. Sage ich jetzt schon mal. So, Heilungssieb erstmal die Zauberer hier besiegen. Ganz wichtig. Oh, oh. Nicht die magische Macht erhöhen. Vor allem die Steige stiegen. Der Troll greift an. Okay. Er war zu dumm. Okay, bei sowas musst du aufpassen. Entweder sie treffen nicht oder er macht einen kritischen Schlag. Genau. Critical Hit, wollte ich sagen. Damit muss ich auf jeden Fall aufpassen. Jetzt kommt Krach. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Du weißt, der seine magische Macht gesteigert hatte. Das wäre ganz normaler Angriff. Macht 25 Schaden. Das ist eine Menge. So, ich bleib mal mit Heilungssieb. Ja. Ganz normaler Angriff. Jetzt muss ich echt aufpassen. Kriege ich selber Schaden manchmal. Sehr schön. Bäm. 173. Das ist eine Menge. Sehr gut. So, ich mach weiter. Und. Okay. War wieder nochmal Angriff. Das hat gerade kurz geleckt. Irgendwie kann das sein. Naja, lag wahrscheinlich in der Epicness dieses Kampfes hier. Die hauen aber auch verdammt rein, Leute. Au. Mitten auf meinen Kopf. Stirb, du komisches Fiech. Ja, geht doch. Ich seh, wie viel LP die haben, ne? Nur mal so zur Info. Aber die geben auch verdammt viel Erfahrungsmute sich gerade. Stufe 31. Nice. Und ja. Keine weiteren Talentpunkte. Nur die alten. Ich bisher schon hatte. 312 Goldmünzen und eine Eichenholz. Oh. Eichenholzklüppel. Das ist wohl der vom Troll. Ich seh schon. Das gibt später noch stärkere Trolle. Nur mal so zur Info. Das wird doch witzig, Leute. Ja, ja. Wo geh ich jetzt lang? Ich geh jetzt mal hier lang. In Schrift. Unser Dorf wacht über das heilige Gras. Gepriesen sei es Bedura-Gras. Yay. So, hier ist nichts mehr. Und da taugt ein Zombie auf. Natürlich. Der letzte Frame reicht noch um, äh, damit ich dich noch angreife quasi. Ruhle tauchen auf. Rieses schneller. Aber ich kann die Angriffe zumindest bedocken. Nice. Das Ganze bitte nochmal. Ist ja nett. Ne, aber mach nur 4 Schaden. Damit kriege ich definitiv Leben. Und one-hitten kann ich euch oben dreien. Ja, die Trolle sind verdockt gefährlich. Die tauchen aber wie gesagt nur in diesen Kerkern auf. Also, brauche ich hier oben, äh, keine Angst vor denen zu haben. Und die überleben doch noch einen Angriff. Okay. Und die rufen Unterstützung. Nice. Oh mein Gott. Okay. Du bist besiegt. Der ist ja nicht so schön. Bitte ruf keine Verstärkung. Das wäre sonst ziemlich blöd. So, sei bitte one-hit. Natürlich nicht. Ach komm, ich gehe jetzt auf den Heilungsgib. Bitte keine Unterstützung. Ne. Äh, analysiert die Lage. Ein bisschen spät vielleicht. Wie ist die Lage? Egal. Ich kann auch ein paar KP heilen. Und dann war es das schon. Boah, sind zwei Metallstörme gewesen gerade. Uiuiui. Okay. Was haben wir hier sonst? Noch ein paar Schränke. Vielleicht ist hier noch was drin. So, hier nischt. Und hier auch nicht. Hat es nicht gelohnt. Da ist ein Monster erschienen. Dann gehe ich hier lang. Na gut. Was haben wir jetzt hier so? Ich habe jetzt die Inschrift. Das Blura-Gras wächst inmitten des Wassers. Das in den Tiefen fließt unter dem Gras. Äh, Dorf. Die Friesen sind das Blura-Gras. Schüsse, die so viele Sachen hier stehen haben. Darüber. So, ein bisschen Schmixtur. Da oben wären wir gar nicht lang gekommen. Ich weiß, dass da ein Monster war. Da darf ich jetzt auch gerade rein. Aber da hat mir eh nicht vorbeigekommen. Mal wieder sind sie zu zweit. Und das zum Thema. Sie sind zu dritt. Okay. Böse, böse. So. Stirb gleich mal bitte. Ach man, ich kann sie nicht one-hitzen. Ach warum? Das ist überhaupt nicht gut. Wenn die irgendwann unendlich viele Unterstützung rufen, ist das nicht sehr schön. Okay, das haben wir jetzt nicht mehr genutzt. Also sind wir jetzt wieder beim Anfang. Und der greift an. Und was machst du? Du gehst auch an. Sehr schön. Das hat er gleich auf jeden Fall um einen dezimiert. Aber ich kriege mich nicht mehr gewonnen. Das war eben anders. Okay, Briega hat es an. Und C. Greift ebenfalls an, so wie ich sehe. Jo, okay, wunderbar. Dann ist der eine gleich weg. Und dann kann ich den nächsten besiegen. Am besten one-hit. Das wäre sehr schön. Ich brauche einfach nur eine weitere Stufe. Ach, fällt ab nochmal. Das könnte sich jetzt noch eine Weile ziehen, glaube ich. Bäm. Das hat sogar 46. Die bewegen es trotzdem. Deanalysiert die Lage. Ach, ich habe jetzt gerade den angegriffen. Ich wollte jetzt den angreifen. Der war jetzt links. Stimmt, aber das hat zum One-hit gereicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das war es jetzt auch für dich. Damit bist du tot. Wunderbar. 3040. Okay. Ich muss langsam auch hier wieder raus, weil so langsam gehen wir die MP auch raus. Ich probiere jetzt zumindest noch ein bisschen was. Mal sehen, wie ich noch komme. Kann ich hier vorbei? Ich komme vorbei. Wunderbar. So, hier sind wir noch unten in den Brunnen. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich Monster, nehme ich mal an. Aber auch eine Truhe. Und einen Schrank. Warum immer einen Schrank hier steht? Plus ein Bett. Was ist das denn? Okay, Lesionär, glaube ich. Oder wie er auch immer hieß. Da tauchen sogar zwei auf. Ich sette mal den Raum kurz. Jetzt sind ja keine Monster mehr. So. Das öffne ich zuerst. Das ist nichts. War sie ebenfalls. So. Und du lässt mich bitte vorbei. Dankeschön. Genauso war es gedacht. Bom, bom, bom. So, es kann weitergehen. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Truhe ist sogar eine rote. Nice. Und das ist... Nehmen wir die Medaille. Nehme ich gerne mit. Dann müssen wir wohl bald wieder nach Wellcam. Um zu sehen, ob wir dann... Irgendwann den Universalsteil zu bekommen. Das wäre so gut. So gut. Ich gebe hier mal weiter. Ich will das jetzt mal ganz kurz wieder. So. Und... Oh. Das sind ganz viele... Geister gewesen. Geister! So. Schauen wir mal. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Trummen. Da sind wir noch alles ein. Oh. Goldner Gebetskranz. Nice. Wir wachen über das Mudura Gras und es wacht über uns. Sein Geruch hält die Beste entfernt. Gebrisen sei das Mudura Gras. Selbst wenn man so drauf untergehen sollte, wird das Gras leider leben bis in alle Ewigkeit. Gebrisen sei das Mudura Gras. Ja. Das schreibt wie überall. Meine Güte. Da sind ganz viele Gule. Oh. Eine Schleimkrone. Schön. So. Und sonst... Ganz, ganz viele Touren. Und Mini-Medaillen. Lola. Ich glaube, hier oben spawnt nichts. Sehe ich gerade. Ja. Weil hier kein Platz für Monster sind. Und hier haben wir den Stein der Auferstehung. Okay. Schnell nutzen. Bevor mir eins in die Quere kommt, ein Monster hier. Und ich resette kurz kurz. Und ich muss mal rechts gucken, ob da noch was war. Schön, da muss ich nicht mehr zurückgehen. Okay. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Hä? Natürlich. Der letzte Frame nochmal. Wunderbar. Diesen Einkampf könnte ich mir jetzt nochmal... Bitte keine Unterstützung rufen. Bitte keine Unterstützung rufen. Das wäre sehr nett. So. Angreifen bitte. Ja, danke schön. Oh, es macht doch relativ viel Schaden mittlerweile. Bam. Nummer 30. Ich mache es leider mal den Heilungssieb. Dann mache ich ihm insgesamt ja mehr Schaden. Du, du, du. Okay, sie greifen zumindest nicht an. Also, sie greifen an, aber sie holen keine Unterstützung. Das wollte ich sagen. Jetzt kann ich auch auf den Heilungssieb gehen. Wenn ich schon mal die Chance habe. Und er ist verliebt. Nein. Kein Ghoul. Bitte kein Ghoul. Ich will mich verliebt sein. Okay. Ein Heilungssieb würde sogar komplett ausreichen. Siehe ich gerade. Nice. Gut. So sehe ich das gerne. Okay. Ich würde sagen, gehen wir mal nach oben. Jetzt haben wir, glaube ich, alles erkundet soweit, ne? Ich meine schon. So, was ist hier? Gesund unterirdische Passage. Diesen Gras haben wir zu verdanken, dass die Bestien in unser Heiligtum noch nicht betraten. Die Briesen als Madura-Gras. Ja, aber ihr seid alle tot. Seid ihr Grüß, Reisende aus fernen Ländern. Wir Einwohner dieses Dorfes verstecken uns, bis die Monster weg sind. Die sehen euch nicht. Hallo. Manchmal frage ich mich, sind wir bereits hinübergegangen in die andere Welt? Die Grenzen verschwimmen. Aber gesund ist unsere geliebte Heimat. Was auch geschieht, sie können wir nicht verlassen. Na, außer ich befreie euch, ne? Oder ganz andere Leute? Eine aus unserem Volk hat uns verlassen. Sie lebt jetzt in der Barz-Rieg-Siedlung. Ich frage mich, ob es ihr gut geht. Sie heißt Bayama. Ihr Körper war beschwächer als der andere. Als der Anderer? Hä? Okay, jedoch macht Sinn. Aber sie arbeitete hart und war von angenehmen Wesen. Angenehmes Wesen. Hier in der Nähe wächst das wundersame Budura-Gras. Unsere Vorfahren haben uns gesagt, dass Saft aus diesem Gras habe die Kraft, die verheiratet vom Ende des Ungehäuses zu enthüllen. Ah. Okay, dann würden wir sagen, gehen wir mal runter. Und ich glaube, wir sind da. Sieht ganz nett aus. So, und das scheint das Budura-Gras zu sein. Vor allem, weil da noch Licht drauf scheint, wie auch immer das geht. Wir sind hier in einer Höhle. Hier wächst ein seltsames und sehr selten aussehendes Gras. Etwas davon pflücken, ja. Capco erhält etwas Budura-Gras. Sehr, sehr schön. Okay, genau das haben wir gesucht. Und es hat Augen. What the fuck? Gut gemacht, Capco. Du bist ein ganz großer Gras-Rupfer. Jetzt müssen wir es nur noch zu Bad zurückbringen. Es ist zurück zu den Jurten gegangen, nicht wahr? Los, wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Dann tun wir das mal. So, das Gras ist weg. Komm, dann machen wir es mal ganz schnell. Normale Gegenstände. Ich muss das hier noch ein bisschen verbessern. Hier habe ich noch ein High-Kraut. Ich brauche Spezial-Azinein. Habe ich hier noch welche? Ich habe noch starke Arzinein. Habe ich keine Spezial-Azinein mehr? Auch noch hier oben, natürlich. Wollte gerade sagen. Transfer. So, Capco bitte. Ja, genau da halten. Und einmal mit dem High-Kraut bitte austauschen nochmal. Dafür haben wir so viele damals alchemisiert. So, zweimal Zauberwasser. Sechsmal Spezial-Azinein. Genau das wollte ich sehen. So, Beutel. Jetzt haben wir noch irgendwo. Bammel-Bimmel. Wo sind die? Da sind sie. Genau. Die wollte ich haben. Denn die benutze ich jetzt, um hier rauszukommen. Flop. Alles klar. Wunderbar. So, jetzt wären wir wieder hier draußen. Genau, wo wollte ich hin? Jetzt können wir ab hier wieder teleportieren. Und zwar nach Stinsbruck. Denn ich möchte gerne wieder LP und MP komplett heilen. Da kann ich mich wieder nach Bad Zurich teleportieren. Von dort geht es dann zu den Jäger-Jurten. Dort werden wir dann auf Bad Zurich treffen. Und ihm dann dieses Bodura-Gas geben. Dann können wir ihn informieren, was er damit anfangen kann. Ich weiß ja nicht, ob er das weiß. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns schon auf den nächsten Bosskampf vor. Oh, das wird witzig. Da-bam. Dementsprechend müssen wir uns auch darauf vorbereiten. Wie gesagt, unser nächster Bosskampf wird sehr magielastig. Das heißt, unser Gegner zaubert gerne. Und wir müssen dementsprechend gegen vorgehen. Dann müssen wir gucken, was wir so haben. Und was wir dagegen machen können. So, ich möchte gerne ein bisschen Geld einzahlen. Ist das möglich? Ja, sabbel nicht so viel. Es ist immer dasselbe hier. Ja, 55.000. Da kommt auch ein bisschen was dazu. So. Flop. Ich möchte es ja nicht verlieren. So. Es geht jetzt wieder runter. Wunderbar. So sie es gerne. Ich bin soweit. Dann würde ich sagen, ab geht es zurück nach Bad Zurich. Zu Bad Zurich. Diese Namen. Wer hat sich das ausgedacht damals? Ich weiß es nicht. Entwickler, warum? Nicht Bad Zurich und Bad Zurich. So. Bam, bam. Bam, bam, bam. Jetzt hauen wir sofort die ganzen Monster auf. Hilfe. Was ist hier los? Lassen wir ihn in Ruhe. So, hier nochmal schön. Danke. Jetzt sind wir alle vorbei. Vielen Dank. So. Ja, danke schön. Einmal hier lang. Danke. So, hier wollen wir hin. So, Bad Zurich mal wieder hier oben. Ich nehme es zumindest mal an. Ist das ein Pferd? Wieder, wieder. Ja, genau so ruft der Pferd. So, und da ist es gut. Und mit Kronbisch. Was war die Beste hier? Das muss doch jeder gesehen haben draußen, oder nicht? Hallo? Stimme informieren. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich dich besuchen werde, Kronbisch? Du darfst nicht hierher kommen. Macht ja auch Sinn. Ah, Kekko. Bitte, ihr dürft mich nicht so erschrecken. Was wird die mir da? Ich glaube, ich habe so etwas vor langer Zeit schon einmal gesehen. So. Jetzt ziehen wir es mir. Natürlich, Budura-Gras. Meine Mutter hat es mir gezeigt. Warum trage ich das bei euch? Tja. Ihr seid, ihr seid dem Geist meiner Mutter begegnet? Was? Ich bin zwar ein einfacher Mann, der ebnet, aber nicht so abergläubisch, dass ich so etwas für möglich halten würde. Achso. Okay. Kronbisch, du bist weiß, so wie eh und je. Kekko hat uns auch geglaubt. Nun müsst ihr ihm auch Glauben schenken. Alles klar. Dann mal los. Also sprach meine Mutter davon, dieses Budura-Gas zu nutzen, um seinen Ansatzrats wahre Gestalt zu enthüllen? Tja. Sobald wir das Monster mit einem Aufguss aus Budura-Gas spritzen, fällt seine Maske und sein wahres Gesicht zeigt sich. Und das wird den Leuten von Batsurik die Augen öffnen. So können wir unsere Ebenen geschützen. Wollt ihr mir das Gras geben? Ja, aber nicht rauchen, bitte. Dankeschön. Kekko gibt Batsurik das Budura-Gas. Ich danke euch, Kekko. Es war eine weise Entscheidung, um euch die Wahrheit zu erzählen, wie man scheint. Jetzt müssen wir das Gras nur noch mit Zermalmen und den Budura-Aufguss daraus gewinnen. Ja, Kuhnbisch, nach Batsurik. Ich werde zuerst diejenigen ablenken, die sich draußen befinden. Dann kommst du nach. So sei es. Na, dann legen wir los, ne? Dann gespannt, wie er es macht. Batsurik, brech auf! Wir müssen ihn begleiten, schnell! Ah, so sieht's aus. Batsurik hat die ganzen Leute damit abgelenkt. Und wir können jetzt ein paar Batsurik zurückkehren. Aber, wir schauen jetzt mal ganz kurz in unsere Ausrüstung. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben ein Platinschwert. So, das heißt schon, das ist so gut. Wir haben vorher einen Eisschaden. Zauberstück. Diesen Mist ist, bietet Schutz vor Offensivzaubern. Ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich das Zauberstück auch. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch besser ist. Aber Schutz gegen Offensivzauber ist sehr, sehr gut. Gerade gegen Zauberkünstler. So. Das bringt uns nichts. Das auch nicht. So, hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier die Stachelrüstung. Von Verteidigung von 214. Die erhält den Schaden direkt reflektiert. Also physischen Schaden natürlich. Die macht aber keinen Sinn, weil unser Gehti eh nicht physisch angreifen wird. Goldpanzer hat zwar eine Verteidigung weniger. Aber es bietet Schutz gegen Magieangriffe. Und auch wenn es Energie weniger ist, das wird mehr bringen als die Stachelrüstung. Einfach weil wir dann Schaden mit Magieangriffe abwenden können. Hier ist es nur physischer Schaden, den wir reflektieren können. Deswegen ist das hier auf jeden Fall besser. Stahlhandschuhe. Sonst haben wir nichts mehr. Das macht hier auch keinen großen Unterschied. Ansonsten haben wir auch nichts. Oder was haben wir hier Schönes? Wir haben sogar wieder Drachenschuppen, wie man sehen kann. Aber sonst... Magische Heilung. Das ist wichtig. Stimmt, wir haben jetzt den Äußere ausnüchterung bekommen. Das war es. Genau. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Also an den Bosskampf. Denn diese Frau, unser Gegner, hatte ein ganz besonderes Anliegen. Und zwar immer, Vater Morgana einzusetzen. Und genau das möchte ich jetzt einsetzen hier. Dafür habe ich den. Genau. Wunderbar. Deswegen habe ich... Gott sei Dank, deshalb haben wir alle möglichen Truhen abgeguckt in Gersun. Deswegen haben wir auch den Ausdruck bekommen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Unser Gegner wird sehr oft auf Vater Morgana setzen. Und das hier resistet uns quasi davor. Wunderbar. Sonst nicht, ne? Okay, jetzt sind wir an sich vorbereitet. Okay, ich würde sagen... Das war es dann noch für heute. Denn die Part ist vorbei. Im nächsten Part werden wir wieder nach Bazzurik kommen. Und wir werden live sehen, wie Bazzurik dann Saransatzraals Waregestalt enthüllt. Und wir werden wahrscheinlich dann zu Angriff gehen müssen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal also. Bis dann und auf Wiedersehen.